Das ist Katharina Schöne. Sie heißt auch wirklich so. Wir sind in Sachsen, aber nicht in, wo sind wir nicht? Nicht in Riesa. Nicht in Riesa, sondern wir sind wo in? Oschatz. Oschatz. Wo auch immer Oschatz ist, aber ihr habt seltsame Namen. Du heißt Schöne, der Ort heißt Oschatz. Ihr baut Sprinterwohnmobile, aber der aller, allerhöchsten Güte. Ich grüße dich Katharina. Hallo. Ja, und das Auto wird morgen ausgeliefert. Komm mal mal gerade mit mir mit links von mir, dass wir das Auto mal sehen. Den habt ihr gebaut. Stimmt. Alles per Hand, selber, ohne große Maschinen. Der rappelt nicht. Wir sind eben Probe gefahren. Nee, nee, klappert nicht. Der klappert und rappelt nicht. Da ist nix. Er hat hinten eine Riesengarage drin. Jetzt haben wir hier die Leute. Das ist eine Co-Produktion, sage ich mal. Zu jedem guten Mann gehört eine tolle Frau. Und zu jedem tollen Händler, Wohnmobilausbauer gehört ein guter Nutzfahrzeuglieferant. Und du bist von Gruma und du hast gesagt, mit PKWs habe ich nicht so viel am Hut. So ist es. Also ich bin Transporterverkäufer bei uns im Haus seit nunmehr 18 Jahren. Ja, und seit sechs Jahren bauen wir mit der Firma Schöne Weißflug die Fahrzeuge zusammen. Ihr fliegt komplett unterm Radar. Ist dir das mal aufgefallen, dass die Leute nicht wissen, was ihr hier baut in der Nähe von Riesa? Was heißt aufgefallen? Es wird bekannter, sagen wir so. Es wird bekannter. Aber wir können uns ja gerne mal angucken, die Fahrzeuge. Nee, ich muss da nochmal drauf umreiten. Ihr baut der höchsten Güte Sprinterausbauten irgendwo in Sachsen und macht das seit Jahren und kein Mensch weiß davon. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, es ist halt so. Aber jetzt wird ja immer mehr. Ich habe ein paar tausend Videos gedreht. Ich habe so Sprinter noch nie gesehen. Dann wird es Zeit. Es wird Zeit. So. Der wird morgen ausgeliefert. Es ist eine Besonderheit. Und zwar, das ist eine Co-Produktion quasi. Ihr liefert die Fahrzeuge als Lieferant für die Fahrgestelle oder für die Kastenwagen hier in dem Fall. Seit Gruma habt mehrere Niederlassungen. Wo seid ihr überall? Wir haben fünf Niederlassungen. Wir sind in Uschatz, unser Haupthaus in Döbeln, in Wurzen, in Kremmer und in Thurgau. Also alles hier in der Umgebung, in der näheren Umgebung. Also nochmal, in Döbeln? Döbeln nennt der Ort sich. Und dann nächstes? In Wurzen, in Grimmer und in Thurgau. Und hier in Uschatz. Das sind halt Spaßnamen. Das sind ja keine echten Namen, oder? Das klingt nie wie Saarbrücken. Da hast du recht. Aber schöne Städte. Sag mal, Döbeln, Wurzen, Grimmer, Uschatz und was haben wir vergessen? Thurgau. In Thurgau. Okay. Also ich will jetzt da nicht näher drauf rumreiten. Übrigens, wenn ihr aus der westlichen Zivilisation kommt und in die östliche Zivilisation fährt, dann braucht ihr ungefähr von Frankfurt vier Stunden Fahrtrichtung. Was ist so grobe Richtung Polen? Ja, was ist grobe Richtung? Ja, ja, schon Berlin. Dresden, Berlin. Berlin, Dresden. Also ich bin ja selten hier. Ja. Und ich wäre ja freiwillig gar nicht hergekommen. Die haben mich ja hierhin bestellt, habe gesagt, ihr müsst das mal gucken kommen. Wir sind eben, sind wir Kopfsteinpflaster gefahren. Das findest du hier noch ohne Ende. Das findest du noch. Und die rappeln nicht. Ja, wir rappeln nicht. Die Fahrzeuge rappeln nicht. Die rappeln nicht. Ja, so soll es ja sein. Aber bist du jemals im normalen Wohnmobil gefahren? Ja, das kenne ich auch. Ja, aber ich kenne nur unsere tollen Autos. Ja, komm, du bist Verkäufer durch und durch. Merkst du das? Also er kann richtig Vertrieb. Aber er hat seinen Wohnanhänger verkauft, wo die Kooperation mit uns anfing. Sehr schön. So, jetzt kommt was ganz Tolles. Ihr habt nicht nur tolle Ortsnamen. Ihr heißt auch beide Mirko. Und ich glaube, noch ein Chef heißt auch Mirko. Nee, Chef nicht, aber ein Angestellter. Angestellter ist auch Mirko. Das ist richtig. Ich glaube, es gibt drei Namen, die sehr bekannt sind. Mirko. Mirko. Warte, warte, warte. Enrico. Enrico? Gibt es viele? Okay. Komm, wir gehen mal rein. Ich halte mich mal nicht auf. Also, das ist ein 7 Meter Sprinter. Super Hochdach. Ja. So, ihr habt die Thule Omnistor diesmal in schwarz gewählt, um ein bisschen Kontrast zu machen. Der ist unfoliert. Der Kunde wollte keine Folierung oder was ist die Story von dem? Mirko. So werden die Autos ausgeliefert, normalerweise. Normalerweise. Weiß. So, bitte mal öffnen hinten. Das soll man mal reingucken. Und die Besonderheit, Mirko, komm mal bitte mit. Das, ich weiß, für dich ist das ganz normal. Du hast schon, wie viel jetzt ausgeliefert, 50 oder so von denen, 30? Ganz so viel sind es noch nicht, aber so an die 15 kommen wir bestimmt oder 20, ja. Das ist ja von der Qualität her, ich nenne dir mal so Namen, so Wirt, Ausbauten und so weiter oder andere Sachen. Das ist, das ist, das ist Nutzfahrzeugqualität. Ja, das ist Handmaid, genau. Habt ihr da Stress mit den Ausbauten, dass die ausfallen als Mercedes-Händler? Weil ihr, ich meine, ihr verkauft ja mit eurem Namen drunter und wenn dann irgendwas am Aufbau ist oder so weiter oder funktioniert das im Großen und Ganzen? Heizung, Wassertanks? Das ist ja alles gestandenes Zeug. Ich sage mal, wir bauen mit Roma, wir haben, was haben wir alternativ? Ja, Bewastow hat es sonst gehabt. Da haben wir keine Probleme, ne? Keine Probleme. Das heißt, das entspricht dem Qualitätsstandard von Mercedes, der Ausbau. Nein, ich frage, ich kenne solche Kooperationen normal nicht. Dass ein Mercedes-Partner vor Ort das bauen lässt, dann auch dieser Ausbau natürlich, da muss ja jetzt kein, da muss jetzt kein Motorrad rein. Ja, da könnt ihr auch was zum Beispiel rein, Mountainbike? Mountainbike. Das Luftbrett haben wir auch schon gehabt. Schlitten. Schlitten zum Beispiel. Kannst du mehrere reinstellen, ja. Krass. Geh mal bitte rein, Katharina. Das war mal der Running Gag, denn kann man die Tür eigentlich von innen öffnen? Ja, natürlich. Ich könnte die auf Wunsch aber auch mit Schloss kriegen, wenn ich will, oder? Was für ein Schloss? Abschließbar, so ein Zylinder. Wenn ich das hätte, da kann man durchgehen. Die Besonderheit hierbei ist natürlich, dass ihr jetzt auch das Thema Embark angegangen seid. Das ist ja eine starke Unterstützung von Mercedes. Das funktioniert mittlerweile tadellos. Es gibt so Breakoutboxen, da kann man alles anlernen. Aber das ist eine ganz besondere Zusammenarbeit. Ich schicke dir öfter mal so Teile und dann wird ausprobiert, ob man das anlernen kann, oder? An das Embark. Ja, der Mirko macht das ja. Wir sind ein Pilotprojekt in Riesa und ist jetzt vor gut vier Monaten gestartet. Die ganze Geschichte im März gestartet. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Wir bieten es ja in unseren Marcopolos an, ab Werk. Und schön, dass es die Möglichkeit gibt, das hier parallel noch einzubauen. Das heißt, alles hier ist nach Aufbauherstellerrichtlinie gebaut worden. Fängt an mit der Airline-Schiene. Die ist perfekt natürlich hier montiert, durchgebohrt. Die Motorräder müssen auch halten. Richtig, genau. So, Steckdosen hier überall. Die ganze Garage ist beheizt. Und die Besonderheit hier ist natürlich, wenn man hier ein Motorrad reinstellt, dann darf das ja nicht ausdünsten. Was habt ihr denn für Maßnahmen vorgenommen, damit das nicht passiert? Also ausdünste, also die Tür, wenn wir die schließen, die ist abgedichtet und nach oben hin und so unterhalb vom Bett. Das ist dicht. Das heißt, das kann jetzt nicht nach Benzin riechen im Bett oder so? Nein, nein. Also selbst wenn man jetzt einen älteren Zweitakter reinstellt, der noch ein Vergaser hat, wird das nicht vorne nach Benzin riechen. Ja, der Bodenaufbau. Auch das ist, wir sind ja eben wirklich die härtesten Strecken gefahren. Wir sind Kopfsteinpflaster gefahren, wir sind auf der Wiese gefahren. Es klappert nicht. Also die härtesten Strecken, was wir, also kaputte Straßen sind wir jetzt gefahren, ja. Und es klappert nichts, hast du ja gerade festgestellt. Habt ihr den gebaut zum speziellen Einsatz auf Offroad-Strecken, weil ihr fahrt ja auch Offroad. Also dann ist die Zufahrt ja meist eine Wiese oder so. Nein, also ich mag das ja eh nicht, wenn es klappert im Auto. Also auch im Pkw und das ist halt eine Grundlage dafür hier gewesen. Schön ist immer die Tür zuschlagen. Mach mal bitte, Mirko. Bitte mal feste zuhauen. Die erste Tür, ruhig mal feste zu. So, das ist gut. Und jetzt die zweite. Und dann kommt etwas, das muss ich filmen. Mach mal zu. Bitte mal feste. Das ist ein satter, tiefer Klang. Normalerweise sind die Türen nicht gedämmt, wenn die als Nutzfahrzeug kommen. Das heißt also, die sind ja gedacht, Lebensdauer von so einem Transporter, Erstleben, was hat der so drei, vier Jahre? Erstleben. Ja, Erstleben. Wenn der erste Kunde den liest zum Beispiel für drei, vier Jahre oder was? Bei so einem Modell redet man schon über sechs, sieben, acht Jahre. Je nachdem. Und der Klang kommt halt von der Dämmung der Türen. Sag mal, früher gab es immer so Rostläufe unter den Griffen. Das ist vorbei, schon lange, oder? Alles weg. Alles weg. Das war irgendwie, du konntest bei jedem Sprinter so, ich kann mich noch daran erinnern, bis 2010, 2012 gab es immer Rost. Also die Blechqualität hat sich stark verbessert, oder? Das hat sich komplett verbessert. Das ist voll verzinkt, die Geschichte. Und ja, man hat einige Maßnahmen durchgeführt, dass es nicht mehr zum Rost kommt, ja. So, auch hier die Rückfahrkamera ist perfekt platziert. Gut, der Fahrradträger, den können wir jetzt vergessen. Das hier ist auch was Schönes, Anfahrschutz. Da sind die Parksensoren im Anfahrschutz drin. Ja, man sieht es im Tritt, ja. Im Tritt drin? Im Seitenteil. Boah, das ist alles original hier. Das ist original. So, und jetzt sieht man hier an der Seite, sag mal hier, diese schwarzen statt die gelben Lampen an der Seite, das ist auf Wunsch erhältlich. Das ist auf Wunsch erhältlich, ja. Gibt es ja als Nachrüstsatz. Ich habe zu ihm gesagt, er müsste jetzt nur die Fenster einfach weglassen. Das heißt, man könnte theoretisch in der Tür, der Originaltür, auch das Originalfenster bestellen. Das würde gehen, oder? Das könnte man machen, ja. Dann könnte man... Nachteil ist natürlich gerade bei dem Modell, du hast schon eine Kältebrücke im Winter durch das viele Glas. Und der fehlende Fliegen- und Sichtschutz ist halt das Thema, ne? Wenn jetzt einer sagt, ich bin auf Montage und möchte mitten in der Stadt sehen, unerkannt, macht da drauf, was weiß ich. Ich, äh, Fleischerei Hoffmann und stelle mich einfach an die Seitenstraße. Genau. Schweine passen ja rein hinten, ne? Habe ich gesehen, ja. Oder Rinderhälften oder Irrinderhälften. Gut, die Kühlung müsste man danach wissen, ja. Sonst wird es... So, sieben Meter Hochdach. Hochdach soll es nicht mehr geben, aber es gibt eine Lösung, glaube ich, ab nächstes Jahr. Habe ich gehört. Ne, also jetzt... Superhochdach. Superhochdach, ja. Ja, korrekt. Also wir werden, oder der Daimler wird von dem Superhochdach, wie es hier ist, weggehen. Es wird bloß noch ein Standardhochdach zur Verfügung sein. Und ja, aber hier wird es eine Nachrüstlösung auf jeden Fall geben, unsererseits. Sehr schön. Also die wird auch nicht schlechter sein wie die Original? Definitiv. Definitiv. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Er bestellt die immer schön voll. Das heißt, also ich habe einmal versucht, einen Sprinter zu konfigurieren. Wenn du mal kurz mitkommst, Mirko. Das ist unglaublich schwierig, also so einen Sprinter zu konfigurieren. Ich habe nach einer Stunde abgebrochen, weil ich Sachen reinkonfiguriert hatte, wo der Konfigurator kaputt ging. Hier ist so gut wie alles drin, was Sinn macht, oder? Ja, wir nehmen schon den Großteil der Zusatzausstattung mit rein. Also wie Sporhalteassistent, Todwinkel, LED-Licht und so weiter und so fort. Großes Navi brauchen wir halt, um diesen Zusatzbildschirm M-Bug zu bekommen, beziehungsweise anzuschließen. Also die sind relativ voll ab Werk, ja. So, jetzt gibt es ja den nächsten M-Bug. Du hast es schon gesehen. Echtes Highlight ist in dem Fahrzeug drin. Da ist es schon verbaut. Das ist ein Zusatzmonitor. Da kannst du praktisch M-Bug vorne, vom Autoradio, kannst das ganze Auto steuern, was das Thema Camping angeht. Genau. Die Bedienung, sowohl Licht als auch Grauwassertank, als im Grunde Markise. Man kann alles steuern über das Teil. Gibt es optional eine 360-Grad-Kamera eigentlich für ein Mercedes? Die ist verbaut an den Fahrzeugen, ja. Cool. Das heißt, ich kann von oben Birdview sehen. So ist es. Wo ist die Kamera eigentlich hier? Hier hinten am Heck, beziehungsweise wir sehen es an dem Röden. Ja. Da oben haben wir sie dran. Okay. Der schwarze Halt. Warte, wo denn? Oben. Der schwarze Halt. Hier, hier, hier. Okay. Und an der Seite, wo ist da die Kamera? Wenn du eine Birdview hast, brauchst du ja links und rechts noch welche. Hast du eine dritte? Du hast keine. Der auch nicht. Der auch nicht. Aber die gibt es. Die gibt es, ist kein Problem. Also die haben wir nicht dabei, da haben wir nur die Standort drin. Also ich habe nämlich mal gesehen, in der Preisliste gab es mal 360 Grad. Dann natürlich das Thema Abstandstempomat. Das Ding, lenkt das mittlerweile selber? Nein. Das macht es nicht. Also es ist ein Radar vorne drin, auf Entfernung geht er. Aber selbst lenken nicht, nein. Sprinter sind sehr leise geworden, muss man schon sagen, oder? Ja. Gut, jetzt kommt die Dämmung noch mit dazu. Also du bist selbst mal gefahren mit einem hier? Mit dem Armaflex und einem? Ich kenne die Fahrzeuge, ja. Komm, wir gehen mal rein, dass wir das mal gucken. So, jetzt kommt was Besonderes. Du kannst die Fahrzeuge entweder kaufen bei euch, hier bei Mercedes, oder du kannst sie direkt beim, jetzt muss ich aufpassen, du hast ja auch Mirko, ja. Man kann auch beim anderen Mirko kaufen. Beim anderen Mirko kann man auch kaufen, ja. Oder bei der Katharina. Oder bei der Katharina. So, machen wir auf. Und ihr habt die im Showroom stehen. Was sagen Kunden, die zufällig, ihr habt ja viele Unternehmer, die sagen, das hier könnte man natürlich auch als Lkw eintragen lassen? Könnte man, ja. Aber wir haben sie alle auf Wohnmobil. Ansonsten, man kann eine Lkw-Zulassung beibehalten. Aber wichtig ist halt, dass die Sitze eingetragen sind und so weiter. Und da gibt es bei uns ein Komplettpaket. Und dann sind die dann in der Nachrüstung als Wohnmobil eingetragen. Was ich krass finde, die Qualität des Ausbaus, der könnte so ab Werk kommen von Mercedes, oder? Wenn du hier mal alles anfasst und die Materialien und... Er könnte, so Abwehr kommen wir auch. Ich sage er könnte. Konjunktiv, können wir ja. Ich liefere dir schon die Vorlage. Muss ja nur noch. So, dann fahren wir mal ein bisschen die Marquise raus. Seien wir so lieb. Da ist nämlich ein kleiner Schalter. Und das ist eine Besonderheit. Ein kleines bisschen können wir ja mal rausfahren. Immer ein bisschen mehr Schatten. Okay, mal stopp. Vielen Dank. Und dann können wir ja mal reinschauen. So, die Qual der Wahl der Farben, wie gehst du vor jetzt? Weil die bieten ja so viel Farben an, ja. Ja, da haben wir ja die Katharina als Profi. Also die ist da, ja, ganz schön fit. Und das passt eigentlich immer so, dass wir da farblich klarkommen. Das hier ist was Besonderes, Katharina. Das hier ist Anti-Fingerprint. Klär mich mal auf. Das ist kratzunempfindlich. Die Fingerabdrücke bleiben nicht dran hängen. Und lässt sich leicht sauber machen. Wenn du mal kurz hochkommst, Katharina. Also du willst behaupten, dass an diesem Material kein Fingerabdruck hängen bleibt? Ja. Mach mal. Hast du... Krass, warte mal. Ich habe schwitzige Finger. Hier hat nämlich gerade die Kamera gehalten. Die verdunstet gleich wieder. Das ist ja krass. Und das funktioniert? Ja. Und das hier, das funktioniert auch hier auf der Arbeitsfläche? Genau. Krass. Hat dich eben gelobt. Hat gemeint, dass du gut die Fahrzeuge konfigurierst von den Farben her? Das Auto, das wussten wir von vornherein, dass es in den Verkauf geht. Und da haben wir uns jetzt hier für Farben entschieden, die der Mehrheit gefallen. Und so war es dann auch. Und das Auto war dann auch relativ schnell weg. Das ist krass. Guck mal hier, wie schön du den Himmel gemacht hast. Mit dem hellen Holz. Ja. Sehr gefällig, oder? Ja. Sieht sehr gut aus. Hast du den so ein bisschen auch für dich, als wäre für dich? Nee, dann wäre er vielleicht ein bisschen bunter. Bunter, was heißt das? Ich hätte gerne irgendwas, so einen Eyecatcher. Ich würde gerne mal so ein Auto bauen. So richtig, oder Messer, oder wo du die Tür aufmachst und alle nur staunen. Aber dann muss ich mit Mirko irgendwie mal verhandeln. Mit Mirko verhandeln? Mit welchem? Mit ihm. Und das ist schwer. Links oder rechts? Ja. Er ist auch ein bisschen farbenfroh. Er ist auch farbenfroh? Ja. Okay. Sie hat gesagt, es wurde ein bisschen konservativer gestaltet, damit es auch möglichst nicht so lange steht bei euch im Verkaufsraum. Ist ihr gelungen, oder? Ist gelungen. Tatenlos gelungen, ja. VK, was hat ihr hier gekostet? 130. 130.000 brutto. Ist doch ein Wort, oder? Brutto. Können wir sagen, 129.999? Kann man sagen, oder? Gut. Als Vorführer auf jeden Fall. So. Ein Euro runter. Dann haben wir schon drüber gesprochen, also volle Hütte ist hier mit drin. Das Besondere ist ja der Grundriss. Wir haben noch ganz selten hier in dieses große Staufach geguckt. Mach mal bitte auf. Denn da kann man eigentlich, ein kleines Kind könnte hier schlafen, oder? Oder? Der, äh, nee, das nehme ich zurück. Aber ein riesengroßes Staufach ist direkt hier oben drüber. Ich finde auch gut, dass hier ein Staufach ist. Also, dass man nicht so hier vorne komplett stehen könnte, weil das macht die Sache ein bisschen wohnlicher, oder? Ja, und das Fach ist wirklich praktisch für die Abdeckung, für die Scheiben oder für Sitze. Sitze. Handtücher. Also, man kann ja echt viel rein stapeln. Hier sieht man übrigens sehr schön, dass an dem Sprinter nichts gerade ist. Hier, guck mal. Das obere Holzstück hier, das ist an der rechten Seite, ist es ganz schmal. Auf der linken Seite geht es dann hoch. Und auch die Verkleidung, auch der hier wird wohl nicht rappeln, oder? Gar nicht. Gar nicht, nein. Wir waren selbst damit in Italien, ich und der Mirko. Und es ist alles safe. Sonst hätte Mirko schon wieder was gesagt. So, der Halter, auch der ist bewusst ausgewählt. Auch der hatte nicht gerappelt. Das ist die Tür, haben wir schon gesehen. Katharina, geh ruhig mal vor. Und sei mal so lieb und öffne mal bitte den Kleiderschrank. Da sind so zwei Kleiderschränke, drei Stück übereinander. Du hast jede Menge Oberschränke mit drin, die sind auch richtig groß. Und die öffnen sich nach unten, natürlich werden sie immer größer. Da ist schon, der Sprinter ist schon gemein. Also diese aerodynamischen Formen, hier passen ja Euro-Paletten rein, aber das war es denn auch schon. Da hat sich Mercedes aber was überlegt, um es den Ausbauherstellern möglichst schwer zu machen, oder? Das heißt, nichts ist gerade, aber das Ding ist aerodynamisch schon ein Hit, oder? So kann man es eigentlich sagen, aber das stimmt. Das ist richtig. Also es ist sehr, sehr beliebt bei den Leuten, weil es eben nicht so ein Kasten... Richtig, weil es relativ gerade Wände sind. Also wir verlieren nicht viel im Load von den Schränken her. Also es ist relativ gerade Karosse und dadurch macht es sich eigentlich gut für den Ausbau. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Er hat gesagt, es ist relativ gerade. Die Tüschler sagen, dass jeder Sprinter sogar unterschiedlich ist. Also die können, deshalb können wir auch keine Maschine haben, oder, Mirko? Das ist alles ein bisschen anders. Mirko guckt schon ganz komisch, was du gerade gesagt hast. Alles gut, das ist schon richtig, was er sagt. Es hat ja immer ein paar Variationen, die gibt es ja immer. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass ihr habt ja CAD-Daten, die kann man abrufen. Ihr liefert also für Aufbauhersteller alles komplett. Und ihr baut schon sehr genau. Also die Sprinter, die kommen, aber leichte Abweichungen, die können schon mal passieren, oder? Ja gut, die hast du halt in der Karosse drin, die leichten Abweichungen. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber wenn man jetzt mit einer Schablone arbeitet, dann ist dort schon ein Unterschied. Wenn man immer dieselben, also du musst schon mal nachmessen bei verschiedenen Modellen, dass du dann keine großen Lücken hast irgendwie. So, dann mal bitte das Klo öffnen. Da ist noch eine Besonderheit. Ihr habt eine Tür entwickelt, die nicht klappert. Also wer jemals ein Reisemobil hatte, die Klotür ist immer so ein Ding. Und was habt ihr gemacht hier? Sag mal bitte. Das ist die, wenn du dich mal umdrehst, Katharina, die Türdichtung. Also das ist, also sag jetzt mal, die liegt vollflächig an der Tür an und gibt natürlich so den Puffer dafür. Okay, das heißt, die federt so ein bisschen zurück und dadurch hat die Druck, oder? Es gibt eine Spannung ins Schloss. So, der Kollege hat schon auf die Uhr geguckt. Ist okay? Bleibst du noch ein bisschen bei uns? Ja, die geht eine Viertelstunde vor. Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte gerade einen Unvergleich hier. Die Schockuhr übrigens. Das Badezimmer ist krass. Wie groß bist du heute? 1,70. 1,70. Mach mal bitte den Arm hoch, dass man mal sieht. Das ist krass, oder? Ja. Aber beim Duschen wäre ich jetzt noch ein paar Zentimeter weiter unten, weil wir das Lattenrost rausnehmen. Ja, ich bin ja großer Bekenner von, ich lasse mein Lattenrost in der Dusche einfach drin, aber das empfehlt ihr nicht. Ihr sagt, dafür ist es nicht gebaut. Ja, aber wenn ich dann auf Toilette mal gehe, dann habe ich ja nasse Füße. Und so ist alles wieder trocken. Ich kann ja Schuhe, ich bin ja Mann. Ich mag nasse Füße, das ist nicht so schlimm. Ich würde aber da jetzt nicht jedes Mal das Lattenrost rausnehmen. Ihr habt eine Besonderheit eingebaut, eine Glisana-Toilette. Bitte zeig mal, was ist denn das? Eine Glisana-Toilette, die, wie funktioniert das? Klemm ich mal auf. Fast wie ein Katzenklo. Erklär mal. Also, wir machen unser Geschäft hier in eine Tüte. Echt? Ja. Klein und groß. Klein und groß, ja. Und dann? Dann macht man den Deckel zu. Und hier, großes Geschäft, kleines Geschäft. Und dann schweißt du die Tüte zu. Wie schweißt du die Tüte zu? Es frisch zu, wie Puffrost, Gemüse halt zu. Die wird aber nicht vakuumiert, oder? Doch. Die läuft dann, also es läuft nichts raus, ist alles super und es wird also unten in diesem Behälter aufgefangen und das kann man dann ganz normal im Müll tun. Aber so, so wie so ein Baby-Twister, Windeltwister, bloß ist nicht so schlimm. Also, ein Twister ist so der Katzenklo. Also, ein Sauberstück. Mach den mal auf, bitte. Das, was wir kurz mal sehen. Und die Besonderheit hier ist nämlich, das ist der Behälter und da fliegt das rein. Da fällt es rein. Und die Tüte ist endlos. Oder muss ich jedes Mal eine neue Tüte reinmachen? Da müssen wir eine neue Tüte reinmachen. Sie ist für 25 Durchgänge, ist eine Packung. Also, eine Packung heißt, ich muss 25 Mal die Tüte wechseln. Nee, die schweißt zu. Die schweißt zu. Genau, und dann, ich weiß nicht, ob wir welche drin haben oder hinten im Kofferraum, noch mal wieder noch, macht man eine neue Tüte rein. Also, neu. Die sind so aufgewickelt und dann... Machst du eine neue Tüte rein und wenn ich keine Tüten mehr habe, Afrika? Bestellen einfach. Bestellen, okay. Genau, ein bisschen gehen und bestimmt in der Garage. Okay, aber nochmal aufmachen, bitte. Die hat ein Display, die hat... Und das wird eingeschweißt. Genau. Warte, ich halte mal hier rein. Und dann zieht... Ach, das zieht die Tüte von oben denn wieder... Die wird hier eingeschweißt. Jetzt habe ich es, okay. Aber das kann man nicht zeigen, weil die Toilette, die macht das gar nicht, wenn die gerade schweißt und man macht den Dickel auf, dann schreit die Error und zeigt den Fehler an. Also zumachen und glücklich sein. Und du kannst 25 Mal gehen mit einer Tüte. Mit einem Satz Tüten, ja. Einen Satz Tüten. Cool. Gut. Also, liebe Kinder, ihr müsst euch dieses Auto angucken. Wir haben das Schwestermodell, wir gehen mal ganz kurz rüber. Das haben wir gezeigt, das hat nämlich das neue M-Bug-System mit drin. Das ist eigentlich eine Besonderheit. Also für dich ist das ja ganz normal. Du hast ja im Wohnmobil stehen in High-End-Ausbauqualität, was du direkt als Mercedes-Händler anbietest. Genau. Und denkst da gar nicht drüber nach, weil das ist ja schon ewig so. Ne, da denkt man schon drüber nach, auf jeden Fall. Weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so ein Teil einbaut. Wie ich es vorhin schon sagte, das war ein Pilotprojekt vom Daimler. Und alles gut geglückt. Komm, wir gucken es mal an. Ist gut geworden mit der App. Sag mal, wann soll es die App geben, dass man die nicht nur rund ums Auto benutzen kann, sondern auch weltweit? Ich bin in der Gondel und will die Temperatur meines Wohnmobils kontrollieren. Das sollte schon funktionieren, oder? Ne, ne. Das kommt noch mit. Okay, kommt. Kommt. Komm, wir gehen mal rüber. Und da ist nämlich die Besonderheit. Erstmal vielen Dank, Katharina. Und Mirko, komm mal mit. Das ist das Schätzchen. Wir haben ein eigenes Video gedreht, über eine Stunde, haben jedes Detail gezeigt. Wir zeigen aber nochmal, der hat die gleiche große Garage. Da passen wirklich zwei Motorräder rein. Und der ist unter dreieinhalb Tonnen. Korrekt, alle beide. Alle beide unter dreieinhalb Tonnen. Und sieben Meter als Wohnmobil mit Superhochdach unter dreieinhalb Tonnen. Als er dir das erzählt hat, was hast du gedacht? Geht nicht. Naja, die Anfänge waren schwer. Da war ja die Materialien noch ganz anders damals. Vollholz und so weiter. Also da hat man schon zu tun. Obwohl, muss ich auch fairerweise sagen, die waren noch nicht so ausgebaut, wie sie jetzt letztendlich sind. Und ja, wir sind schon bestrebt, das so, oder besser gesagt M&H bestrebt, das so leicht wie möglich zu ballen. So, motorhorn-exklusiv.com. Wir gucken mal kurz rein. Und da ist nämlich die Besonderheit, da ist das Steuerungssystem des ganzen Wohnmobils abbildbar. Mach ruhig mal auf, Mirko. Schlüssel ist da. Und Ausbau ist jetzt ein bisschen anders. Das heißt, ihr habt andere Hölzer, andere Farben genommen. Bis auf die Bodenplatte, oder? Die ist leichtbar, Mirko. In dem Auto. Und das Rückhaltesystem ist ein anderes drin wie drüben. Der ist noch mal ein bisschen leichter geworden. Der ist noch ein Stück leichter geworden, genau. Über was reden wir denn da, wenn es noch mal ein bisschen leichter ist? Ich glaube, 70, 80 Kilo. Das ist eine Welt, oder? Ja, also bei uns schon. So, komm, wir gehen mal rüber. Dann komm mal mit rein, Mirko. Und das ist Mirko. Ist ja lustig, wenn hier alle Mirko heißen. Und da hast du dann das M-Bag-System und darüber steuerst du das ganze Auto. Korrekt, den Aufbau vom Auto. Genau. Das Geniale da dran ist, es stürzt nicht ab. Das heißt also, du hast öfter mal Systeme und da musst du mal neu booten oder so. Ist das hier auch schon mal der Fall? Nein, also bis jetzt noch nie vorgekommen. Also, dass es abgestürzt ist. Also, es hat auch noch nicht gehangen, was man jetzt vom Rechner oder was mal kennt. Also, ja. So, zeig mal. Was kann ich hier alles machen, als Beispiel? Du hast einmal die Hauptübersicht. Und jetzt kannst du halt, wie gesagt, alle Lichter hier im Fahrzeug steuern. Also, ich mache jetzt einfach mal alles an und dann geht dem ganzen Fahrzeug das Licht an. Die Farbe kann ich steuern hier oben? Hier oben kannst du steuern, ja. Mach mal Anna. Okay, jetzt kommt nämlich Ambientebeleuchtung. Und da, du kannst hier oben die Farbe wählen. Ja, kannst du. Also, mit dem Handy gibt es noch mehr Farben. Dann kannst du halt ein bisschen das, was du oder deine Stimmung halt wahrnehmen oder wiedergeben. Das habt ihr mitentwickelt. Das gab es so nicht fertig aus der Preisliste. Also, hier das LED-Band anlernen an die Steuerung zum Beispiel. Also, es gibt, also, das, klar gibt es das RGB-Band, gibt es überall. Und das ist aber jetzt hier bei der MbHC-Einheit, das ist halt, da sind die Plus und Minus verkehrt rumgepult. Und da haben wir jetzt ein eigenes uns bauen lassen. Und das funktioniert also ohne Zwischenplatine. Okay, das geht direkt. Kann man direkt anschließen. Dann kannst du auch die Heizung, Kühlschrank, kannst alles oben machen. Alles. Ich mache mal hier oben ein bisschen zu, oder? Das hättest du aber nicht machen können, oder? Über das Display. Nee, das schaffen wir noch nicht. Also, du hast jetzt hier den Wohnraum, da hast du den Kühlschrank, der läuft jetzt auch. Der ist jetzt hier eingeklickt. Da kannst du in unterschiedlichen Stufen wählen. Und dann kannst du natürlich auch die Modi wählen, dass du die Silent-Funktion zum Beispiel halt in der Nacht einschaltest. Also, all das, was du auf dem Original-Display hast? Genau, genau das Gleiche kannst du mal machen, nur bedienerfreundlich. Also, ich muss jetzt nicht hin- und herscrollen, wie bei dem Dometic-Kühlschrank. Also, das bedeutet, ich liege jetzt da hinten auf der Sitzgruppe hinten drin. So, und habe natürlich keinen Bock, wieder runter zu gehen. Kann alles, kann das warme Wasser ausschalten, kann das Licht ausmachen, den Kühlschrank auf Silent schalten. Kannst du alles vom Handy aus machen. Vom Handy aus. Gut, jetzt werden Leute kommen und sagen, brauche ich alles nicht. Aber jetzt sind wir hier in der Fahrzeugklasse. Ganz ehrlich, das ist der Stand der Technik heute. Wenn du heute, ich sage mal, in Mercedes-Benz E-Klasse reingehst, da machst du alles über das Command, oder? Im LKW-Bereich, ja. Fahrzeugklasse. Gibt schon viele Fahrzeuge bei uns. Actros hat ja auch mittlerweile eine M-Buchs drin, habe ich gesehen, also überall. Und die ganz Kleinen ja auch schon. Das heißt, das System ist kompatibel. Das, was ihr hier entwickelt habt, würde auch im LKW gehen. Das heißt, da könnte zum Beispiel ein Kühlschrank im LKW, wenn es das mal gäbe. Gut, in Deutschland sind die alle recht klein. Aber das ist cool. Was habt ihr noch alles drüber gesteuert? Die Markise sehe ich gerade. Die Markise kann man ja steuern. Also ein- und ausfahren. Dann hast du natürlich auch das Markisenlicht. Also wenn du draußen sitzt, kannst du halt das auch dimmen. Und dann hast du halt auch die Heizung. Die Truma auch? Die Truma auch, ja. Seit wann gibt es da ein Interface für die Truma für MBAC? Das weiß ich nicht. Wie lange es das jetzt von Mercedes her schon gibt, weiß ich nicht. Also wir haben es halt... Es gab es schon. Da gibt es ein Interface dann. Also es gibt ein paar Geräte, die kompatibel sind mit dem MBAC-System. Da kriegen wir eine Liste von. Und dann kannst du dir das raussuchen. Also wir haben zum Beispiel jetzt unsere Elektronik, gab es zum Beispiel noch nicht. Victoron Energy. Und da sind wir gerade dabei, das alles perfekt und rund zu machen. So, dass du sehen kannst, Solar, wie viel wird da eingeliefert und so. Ja, es ist schon ein Teil entwickelt worden. Also gibt es einen Prototypen. Das funktioniert auch einwandfrei. Und ja, das ist der nächste Stand jetzt. Cool. So, und Temperatur kann ich regeln. Das Geile ist aber, warte mal, wenn du dich mal kurz da hinsetzt, bitte Mirko. Du kannst ruhig da stehen bleiben, Mirko. Sehr schön. Und bitte mal anschalten. Jetzt kommt die Besonderheit natürlich. Da bootet gerade das MBUX-System. Und das funktioniert das MBUX ja auch, wenn das MBUX aus ist, oder? Genau. Das funktioniert. Die sind autark. Er hat eben erzählt, es ist noch nicht abgestürzt. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Dass die Betriebssicherheit ist bei Mercedes. Also wenn du irgendwo stehst und es geht nichts mehr, das ist kein Anspruch von Mercedes, oder? So soll das nicht sein, ja. So, jetzt hast du rüber. Jetzt sieht man also hier Medien. Das kennen wir ja alles noch. Das ist alles ganz normal. Und jetzt lädt er gerade das MBUX-System. Und sag mal, wenn du das verkaufst und du hast hier praktisch ein System, volle Hütte, was jetzt kommt. Warte mal, ich zeige es gerade. Advanced Control. Geht hier noch mehr? Was kann man noch kaufen hier für einen Sprinter? Was ist sehr beliebt, was hier nicht drin ist? Die sind eigentlich alle voll bei uns. Voll, voll. Voll, voll, ja. Sehr schön. So. Das ist nicht mehr groß, was man noch zunehmen könnte. So, Advanced Control heißt das. Und bitte mal draufklicken. Jetzt klickst du drauf und jetzt hast du das gleich wie hinten. Korrekt. Also wenn ich jetzt hier drücke, hast du es auch hinten. Eine Frage, könnte ich einen dritten Bildschirm anschließen? Nein, gibt nur zwei. Gibt nur zwei. Ja. Ja, ich frage mal 2026. Für was? Ob es einen dritten Bildschirm gibt. Für was brauchst du den dritten? Hinten im Schlafraum. War Spaß. Nee, es gibt ja eine App, da kannst du alles drüber steuern. Genau. So, und die App hast du dabei, zeig mal. So, und die geht im Moment noch bei Bluetooth. Aber du sagst, demnächst soll es eine Lösung geben, dass man das weltweit machen kann. Das ist remote. Genau. Alarmanlage, gibt es sowas ab Werk bei Bluetooth? Gibt es ab Werk, ist in dem auch verbaut. Sowas kann die, die hat Sensoren innen und außen? Die hat Neigungssensoren, ja. Die hat Innensensoren. Und ja, tut sich dann halt melden, wenn es irgendwo abgeschleppt wird oder eine Erschütterung kommt oder sonstiges. Guten Tag, Mirko. Also die App ist immer für euch beide geschrieben. So, und das zeige ich mir gerade. Also da haben wir nur ein Telefon. So, und hier kann ich genau das gleiche machen. Bitte mal auf Kühlschrank klicken. Mach mal. Oben, dritte. Genau. Und da hast du dann genau das gleiche wie auf der App. Genau. Jetzt kann man jetzt so die Performance einstellen. Also das, was ich vorhin gerade gezeigt habe oben. Und dann halt auch die Stufen. Mach mal das Licht da aus, bitte. Komplett. Du bist mal ein Zeuge. Jetzt aufs Licht. Und jetzt machen wir es aus. So. In Echtzeit. Ja. So, ihr seid mich los. Wenn ihr gucken wollt. Also wir waren bei euch in der Werkstatt. Haben gezeigt, wie werden die Autos gebaut. Ja. Wir haben, ich glaube, unter jeden Rock geguckt, den es irgendwie gab da bei euch. Und haben nachgeguckt, ob da irgendwie gefakt wird. Ob die Autos, ich habe zu ihm aus Spaß gesagt, da kommt bestimmt der Tieflader nachts zwischen zwei und drei Uhr, der holt die dann aus Rumänien ab, wo sie wirklich gebaut werden. Nee, die werden wirklich in Sachsen gebaut. Ja, die werden in Sachsen in Riesa gebaut, ja. Da hast du persönlich davon überzeugt. Die Zeiten mit Ungarn, wir hatten in Ungarn, oder besser gesagt, Mirko hat in Ungarn angefangen vor Jahren. Ja, die sind Gott sei Dank vorbei. Das heißt, die volle Kontrolle über alles. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass du genau weißt, was abgeht. Und ich finde das cool, dass ihr, ich sage mal, als Mercedes-Händler habt ihr auch einen Ruf zu verlieren. Also wenn hier der Mirko jetzt dauernd quietschende Autos bauen würde. Aber es ist nicht normal, dass Mo-Mobile nicht klappern. Das ist... Du hast es erlebt. Ich habe es wirklich erlebt. Bei Kopfsteinpflaster. Bei Kopfsteinpflaster. Dann hat er gemeint, ich fahre nur 30. Ich habe gemeint, was habe ich zu dir gesagt? Nein, also ich sollte 50 dann fahren, ja. Dann hast du, glaube ich, 47 bist du gefahren. Und dann kam ein Schlagloch. Genau, da musste man abbremsen. Also dort wären wir dann etwas hochgesprungen. Also das hätte das Fahrwerk dann ein bisschen hart abgefedert, ja. So, und es gibt eine ganz tolle Geschichte. Ihr bekommt nächstes Jahr über 500 4x4 Sprinter sofort geliefert. Sogar zu Sonderkonditionen. Ihr kriegt sogar noch einen Preisnachlass. Genau, richtig. Ja, ja. Jetzt mal Spaß, weil es kommen nicht so viele, oder wie ihr wolltet. 4,50 haben wir bestellt oder so, knapp 500, ja. Nee, nee. Wir haben schon, ein Teil ist schon in der Bestellung, ja. Aber das ist ja gerade die Zeit, wo mal nichts lieferbar ist, ne. Darum müssen wir da mal ein bisschen abwarten, bis da wieder was kommt. So, den Allrad übrigens nicht unter 3,5 Tonnen. Das ist so, der ist dann 4,2 Tonnen. Für dich als Fachmann, was wäre denn so das Maximum, wenn ich den hier maximal aufrüsten würde von der Traglast und die 3,5 Tonnen ruhig reißen kann? Was geht denn so? Sind da 4,2 Tonnen Schluss oder ginge noch mehr? Ja, Zwillingsbereifung hinten? Ja, das kann man alles machen. Ab Werk mit Zwilling bestellen. Man kann aber auch eine Luftfederung einbauen. Also ich habe das in meinem drin, eine 4,2 Tonnen. Können wir 4,8 hochnehmen. Geht. Das passt. Mit TÜV-Eintragung wahrscheinlich. Okay. Einzelabnahme dann, oder? Ja. Okay, also 4,8 Tonnen. Wendet euch an den Mercedes-Händler eures Vertrauens. Erstmal vielen Dank. Wir zeigen nochmal gerade das Logo. Aber hier habe ich es ja besonders einfach bei euch. Ich muss ja nur hier raushalten. Gruma heißt das Unternehmen. Und wir sind nochmal an welchem Ort seid ihr überall? O-Schatz. Das sind wir gerade eben. Döbeln, Wurzeln, Turgau und Grimma. Gut. Ich glaube, diesen Dreh werde ich nie mehr vergessen. Wir sind in O-Schatz, Frau Schöne. So, komm, wir gehen mal nach hinten und dann zeige ich euer Logo. Da sind wir. Motorhome-exklusiv.com. Da sind sie. Und das Coole ist dabei, wenn man das Auto bestellt, bekommt man, wenn man bestellt hat und bezahlt hat, also schon direkt den Fahrzeugbrief von seinem Sprinter. Genau, also wenn das Auto da ist, wird das Auto bezahlt und dann kriegt man den Brief und wir machen den Ausbau. So, und dann wird noch ein bisschen was für ein Ausbau anbezahlt. Das kommt noch mit dazu. Genau, genau. Entweder wird das alles, der Kunde bezahlt Cash, er bezahlt es selber oder es geht auch Leasing und Finanzierung. So, Cash, glaube ich, da gibt es ja mittlerweile eine Grenze. Also der ganz große Geldsack habt ihr weniger, oder? Wir haben das, tatsächlich ist es schon passiert, dass sie die Anzahlung bau mitgebracht haben und die haben wir dann halt bei der Bank eingezahlt. Flott. Ja, also wie das ist mit der Geldwäsche. Guck nach. Ja, aber wir mussten dann auch die Rechnung zeigen. Also die Bank würde das schon sehen, nicht? Die wollte sehen, für was ist das jetzt, wo kommt das her und so weiter. Das sind wir, das Motorhome-exklusiv.com, aber die meisten überweisen. Ja, die meisten überweisen. Aber wir müssen noch die Salilitanlage rausfahren. Ja, mach mal. Du bist nämlich Fahrzeuglackiererin, ja, du hast nämlich die Salilitanlage lackiert und fahr sie mal bitte raus. Welchen fahr mal raus? Den hier. Den da, können wir rausfahren. Ihr habt nämlich die Salilitanlage lackiert. Hast du mal geprüft, ob der Empfang anschließend noch ging, nachdem die Salilitanlage... So, sie fährt mal raus. Wahrscheinlich die Sonne zu stark, jetzt kommt er. Ne, ist schon an. So. Denn so viel Zeit muss sein, denn du hast diese Salilitanlage nämlich lackiert. Die fährt jetzt gleich hoch. Was hast du denn für eine Farbe verwendet? Satilitanlage? Rot, rot. Rall. Rall. Was für ein Rallton? Verkehrsrot. Verkehrsrot. So, und die fährt jetzt hoch. Und da hast du in pingeliger Handarbeit die Salilitanlage lackiert. Genau. Mit der Idee dahinter, dass diese Werbung kann niemand abmachen. Das bleibt dran. Da hole ich mir einen Lackstift. Was? Typics? Ne. Das bleibt jetzt dran so. Und das sieht uns halt jeder. Also wenn du mit dem Auto dann irgendwo stehst auf dem Campingplatz oder im Fahrerlager, die Salilitanschlüssel erkennst du. Ihr habt ganz viele Autos schon verkauft. Dadurch, ihr habt ja Rennsportler, die wirklich ihre Motorräder reinstellen im Fahrerlager sind. Sogar richtig bekannte Leute. Also ihr habt Rennstars, oder? Ja, der Kevin Gallas. Der ist ein Star in seinem Hobby. Eigentlich ist er Profifahrer. Enduro. Hart Enduro fährt er. Und Hart Enduro. Name von ihm? Kevin Gallas. Kevin Gallas. Ja, und ist auch bei Instagram und YouTube sehr beliebt. Also das ist auch so ein Entertainment. Der ist bodenständig. Der ist lustig. Der redet so, wie es im Kopf ist. Der verstellt sich nicht. Und der tut auch seine Meinung immer so. Sagen, wie es ist. Und dann haben wir noch gerade ein Auto vom Adrian. Komm mal her. Ich kann ihn auch noch besprechen. Adrian wer? Gugumos. Adrian Gugumos. Ja, der macht so ein bisschen Stuntshows. Und der ist eigentlich relativ bekannt. Also mit dem waren wir jetzt erst vor kurzem noch Sachsenring. Macht das ganz gut. Was das Geile ist, du kannst die Garage für alles benutzen. Für Hunde, für, wir haben es ja eben schon gesagt, für Surfbretter, für einen Umzug. Also das Ding ist geil, oder? Du möchtest öfters fahren für den Umzug, ja. Aber kann man machen zur Not. So, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, ich will aber kein Wohnmobil zulassen. Ich hätte ihn gerne als LKW zugelassen mit einer Bordtrennwand. Da findet man eine Lösung. Mit einer Trennwand? Ja, mit einer Trennwand. Wenn man eine reine LKW-Zulassung, eine Zwei-Personen-Zulassung hat. Hier eine Trennwand rein, oder wie meinst du das? Nein, es gibt ja die Möglichkeit, ich kann ihn als Wohnmobil zulassen oder ich lasse ihn als LKW. Das würde auch noch gehen, oder? Ja, bis zum ersten TÜV. Bis zum ersten TÜV. Und dann, was sagt der TÜV dann? Das ist ja eindeutig, dass es ein Wohnmobil ist. Achso, wegen den Möbeln. Ja, ja. Und im Kochfeld. Genau. Und im Kühlschrank. Ja. Okay, alles klar. Also, da steht er. Er ist schön geworden. Es ist was Einmaliges. Ein Mercedes-Benz Sprinter, der nicht rappelt. Und wir sind extra deswegen nach Riesa gefahren und sind jetzt in Oschatz. Oschatz. So, und ja, vielen Dank fürs Einschalten bei der Firma Gruma. Tschüss. 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 Vielen Dank.